Polizeiberichte Berlin 23. April 2024 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, man nach sexuellem Übergriff auf Frau gesucht Polizei bittet um Mithilfe. Polizeimeldung vom 23.04.2024 Tempelhof Schöneberg Tatverdächtiger Nummer 0832 Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Polizei Berlin nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der unbekannte Tatverdächtige soll am Montag, den 8. August 2023, gegen 12.10 Uhr im Bereich des U-Bahnhofs Friedrich-Wilhelm-Platz in Friedenau gegenüber einer 73-jährige Frau sexuell übergriffig geworden sein. Der Gesuchte soll die Frau vorerst auf obszöne Weise angesprochen und im weiteren Verlauf zwischen die Beine gefasst haben. Die Frau konnte sich erfolgreich zu Wehr setzen und den Angreifer in die Flucht schlagen. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung. Beschreibung des Tatverdächtigen Männlich Circa 35 bis 50 Jahre alt Dunkle, kurze Haare Gekleidet, dunkle und gemusterte Jacke, graue Hose Mitgeführter Gegenstand, Turnbeutel, blau, oberer Bereich gelb Tatverdächtiger Bild 3 Tatverdächtiger Bild 1 Tatverdächtiger Bild 2 Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort bzw. zum Wohnort des Unbekannten machen? Wer kann darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben? Hinweise richten Sie bitte an das Landeskriminalamt in der Kiefstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer 030-4664-914111 per E-Mail an lka141-at-polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle. Bericht Vermisster spanischer Tourist liegt im Krankenhaus Polizeimeldung vom 23.04.2024 Pankow Nummer 0833 Die Vermisstenstelle der Polizei Berlin konnte den Aufenthaltsort des seit dem 19. April 2024 vermissten Touristen aus Spanien ermitteln. Der Mann wird momentan in einem Berliner Krankenhaus behandelt. Dort war seine Identität zunächst ungeklärt. Die Angehörigen sind informiert. Erstmeldung Nummer 0831 vom 22. April 2024 Tourist aus Spanien vermisst, Polizei bittet um Mithilfe Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Vermisstenstelle der Polizei Berlin die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Touristen aus Spanien. Der 64-Jährige wird seit den Abendstunden des 19. April 2024 vermisst. Er ist Diabetiker und auf eine tägliche Einnahme von Medikamenten angewiesen, die er in seiner Ferienwohnung im Bezirk Prenzlauer Berkel lassen hat. Die Polizei Berlin geht davon aus, dass seine Gesundheit erheblich gefährdet ist. Bericht Fahrradfahrer tödlich verletzt Polizeimeldung vom 23.04.2024 Pankow Nummer 0834 Gestern Vormittag erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Weißensee tödliche Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen bevor der 68-Jährige mit seinem Rad gegen 9.45 Uhr die Rennbahnstraße von der Berliner Allee kommend in Richtung Parkstraße. Als der Senior einen Fahrstreifenwechsel nach links vornahm, geriet er in die in der Fahrbahn eingelassene Schiene der Straßenbahn und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Er prallte gegen den hinteren Teil einer ihm entgegenkommenden Straßenbahn der Linie 12 und stürzte. Dabei erlitt er so schwere Kopfverletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Rennbahnstraße war während des Einsatzes der Rettungskräfte und der Unfallaufnahme bis etwa 14.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1, Nord, übernommen. Bericht Man durch Schüsse verletzt Polizeimeldung vom 23.04.2024 Mitte Nummer 0835 Gestern Abend wurde ein Mann im Gesundbrunnen durch Schüsse verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen zwei Männer in der Reinickendorfer Straße kurz nach 18 Uhr zunächst in einen Streit geraten sein. Als sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben soll, soll eine 32-jährige Frau versucht haben, beide voneinander zu trennen. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer eine Schusswaffe gezogen und damit auf den anderen, einen 32-Jährigen, geschossen und ihn an einem Bein verletzt haben. Im Anschluss soll er noch die Tasche des 32-Jährigen ergriffen und mit dieser geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte versorgten die Wunde des Verletzten und übergaben ihn anschließend an wenig später eintreffende Rettungskräfte, die ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Frau blieb unverletzt. Durch weitere Ermittlungen gelang es den Beamten und Beamtinnen, die Meldeanschrift des Tatverdächtigen herauszufinden. Eine anschließende Durchsuchung führte allerdings nicht zum Auffinden des Gesuchten. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen. Bericht Brennende Autos Polizeimeldung vom 23.04.2024 Friedrichshain-Kreuzberg Nummer 0836 In der vergangenen Nacht brannten in Friedrichshain zwei Autos. Ein Objektschutzmitarbeiter der Polizei Berlin alarmierte gegen 1.15 Uhr Feuerwehr und Polizei, nachdem er Flammen an zwei Autos bemerkt hatte, die auf einem Parkplatz in der Straße Altstrahlau geparkt waren. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die beiden Tesla brannten komplett aus. Ein daneben geparktes Auto wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen. Bericht Zwei verletzte Personen nach körperlicher Auseinandersetzung Polizeimeldung vom 23.04.2024 Lichtenberg Nummer 0837 In der vergangenen Nacht wurden Polizeikräfte zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung nach Lichtenberg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Anwohnerin gegen 23.45 Uhr im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Harnackstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf blieb einer der beiden, ein 21-Jähriger, mit einer Kopfverletzung im Treppenhaus liegen, während der andere Mann, der bewaffnet gewesen sein soll, sich in eine Wohnung im vierten Obergeschoss begeben hatte. Daraufhin sollte die Wohnung des Mannes mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsucht werden, wozu Kräfte des Spezialeinsatzkommandos hinzugezogen wurden. Während des laufenden Einsatzes entdeckten Polizeikräfte dann auf dem Hof des Hauses den jungen Mann, der zuvor geflüchtet und dann offenbar vom Balkon nach unten gestürzt war. Neben ihm lag ein Beil. Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst am Ort und brachten ihn dann in eine Klinik, in der er umgehend operiert werden musste. Der 21-Jährige, der eine Kopfverletzung aufwies, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Kräfte des Spezialeinsatzkommandos durchsuchten dann die Wohnung im vierten Obergeschoss. Eine weitere Person konnte nicht angetroffen werden. Das gefundene Beil beschlagnahmten Polizeikräfte. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen und zur Identität des vom Balkon gestürzten Mannes werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost, geführt und dauernd an. Bericht Sexueller Übergriff auf Frau Tatverdächtiger identifiziert Polizeimeldung vom 23.04.2024 Tempelhof Schöneberg Nummer 0838 Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Mann im Alter von 41 Jahren identifiziert werden, der im Verdacht steht sexuell übergriffig geworden zu sein. Die Ermittlungen des Fachkommissariats des Landeskriminalamts Berlin dauern an. Erstmeldung Nummer 0832 vom 23.04.2024 Mann nach sexuellem Übergriff auf Frau gesucht Polizei bittet um Mithilfe. Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Polizei Berlin nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der unbekannte Tatverdächtige soll am Montag, den 7. August 2023, gegen 12.10 Uhr im Bereich des U-Bahnhofs Friedrich-Wilhelm-Platz in Friedenau gegenüber einer Frau sexuell übergriffig geworden sein. Der Gesuchte soll die Frau vorerst auf obszöne Weise angesprochen und im weiteren Verlauf zwischen die Beine gefasst haben. Die Frau konnte sich erfolgreich zur Wehr setzen und den Angreifer in die Flucht schlagen. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung. Bericht, Geldautomaten aufgesprengt Polizeimeldung vom 23.04.2024 Spandau Nummer 0839 Durch das Herbeiführen einer Explosion wurde heute früh ein Geldausgabeautomat im Falkenhagener Feld gewaltsam geöffnet. Gegen 3.30 Uhr hörten Anwohner der Falkenhagener Chaussee einen lauten Knall und sahen eine dunkel gekleidete Person mit einem Fahrrad von einer Bankfiliale an der Ecke Postausweg flüchten. Alarmierte Einsatzkräfte stellten wenig später fest, dass die Zugangsstör zum Automatenraum gewaltsam geöffnet und ein Geldausgabeautomat stark beschädigt worden war. Verletzt wurde niemand. Aus dem Automaten wurde Geld entwendet. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht, Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt Polizeimeldung vom 23.04.2024 Friedrichshain Kreuzberg Nummer 0840 Eine Radfahrerin wurde heute Morgen in Friedrichshain bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 73-Jähriger gegen 8.25 Uhr mit einem Auto in der Wühle-Straße in Richtung Gärtnerstraße unterwegs und bog dann links in die Holtheistraße ab. Dabei stieß er mit der ihm entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Radfahrerin zusammen. Diese stürzte durch die Kollision und erlitt Kopf- sowie Rumpverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 47-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 73-Jährige blieb unverletzt. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0 Promille. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5, City.